Zuck, komm, wir machen ein bisschen Lärm für das Viertelfinal, Mann! Yo, 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 yo! COR und Big Smoke, ich werde den Wichser beleidigen. Für das komme ich Hintergitter, ich werde den Titel verteidigen. Ey, und du wirst zurück in die Erde gehen. Schau das an, shit, ich beerdige dich, Wichser, da! Hey, echt, das ist ein Ekelhafter. Ihn sollte man schon allein wegen seinem Rap verhaften. Hey, der Rap, der Bärmlich, und mit seinem Gesicht kriegt er auch noch Lebenslänglich. Hey, sein Gesicht wird an meinen Schwanz brellen. Weil er ist gefesselt mit Handschellen. Die habe ich ihm gerade vorhin weggenommen. Schau das an, Alter, wie bist du da nur weggekommen? Hey, und da wird mir ja fuck übel. Sein Kopf ist so gross, da passt nicht einmal einen Sack drüber. Nein, ehrlich, ein Dauerhafter. Plus geht auch noch für die Frisur verhaften. Hey, ich versteh, die Schweiz kommt. Hey, der ist aus dem Lipo. Er ist bei den Kripo und trotzdem nicht weit gekommen. Ja, und du bist ein Krimineller. Aber du weisst, meine Lines sind schneller. Ich bin Polizist und Hevy-Maschinen da. Securitas, wieso haben die den dann reinlassen? Rein zu lassen. Ehrenwort, Mann, ein Schämmer. Schau mal, der Typ ist für das Paddle noch ein Dämmer. Ja, ja. Hey, das ist eine krumme Schlacht. Kollege D-Line habe ich am letzten Bunker gebracht. Hey, da kannst du Phil noch fragen. Ich sage, er heisst, ich werde den Polizisten noch jagen. Okay, die Rhymes sind zum Buh. Ich weiss es nicht, weil ich diese Scheisse nicht schaue. Er war ziemlich zwittert. Der Typ interessiert mich nur noch hinter Gitter. Ja, du weisst, ich kann nicht das bitten. Das ist ein... Ja, ja, alle haben wir es. Bravo! Hey, hey! Wenn ich es schwierig finde, ihr könnt. Ihr könnt. Ihr könnt. Ihr könnt. Nur, dass ihr es wisst. Ihr könnt. Warum? Zug, wie habt ihr ein Paddle gefunden? Ja! Die Qualität wird belohnt. Macht Lärm! Ja! 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 Hallo, hallo! Sehr schönes Paddle zu sein. Ich hoffe, es geht so weiter. Ähm... Und auch der CLR ist weiter. Macht Lärm für den Big Smoke! Ja! Und für den Gigi Uso Rosa! Eine Runde weiter!